Guten Tag, hier ist meine Schlagzeile von heute. Kriegt Robert De Niro den Oscar, der Anfang März verliehen wird? Zurzeit schwelgt der Hollywood-Star im Glück über sein ultraspätes Baby. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Bei Filmstar Robert De Niro, unverhoffter Papa mit 80 Jahren, gibt es noch eine weitere Variante. Später Vater immer mehr. Er gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn er von seinem inzwischen zehn Monate alten Töchterchen Gia Virginia Chen De Niro spricht, das seine Lebenspartnerin Tiffany Chen letztes Jahr zur Welt brachte. Der Schauspieler betrachtet den Spätling als willkommene Ergänzung zu seinem hektischen Leben. Robert findet, dass Gia so ein einmalig entzückendes Baby ist und wenn er sie ansieht, vergisst er alles andere. Er gibt zu, dass der späte Nachwuchs für ihn und Tiffany, mit der er seit 2021 zusammen ist, eine kleine Überraschung war. Aber oft passieren Dinge, die man nicht erwartet. Doch der Familienvater im höchsten Glück schwelgend, hat den Waisenrat parat, alles anzunehmen, was das Leben einem gibt. Robert De Niro ist zudem Vater von Tochter Trainer inzwischen 56 und Sohn Raphael, 47, Lenze, von Ex-Frau Deanna Abbott, den 28-jährigen Zwillingen Julian und Aaron mit Tuki Smith, Sohn Elliot, 25 Jahre alt und der zwölfjährigen Tochter Helen mit Grace Hightower. Für seine Enkelkinder im Teenageralter ist die kleine Gia Virginia, die niedliche Tante. Der Filmstar genießt Treffen der gesamten Familie, liebt aber nach wie vor seine Filmarbeit. So machte ihm die Zusammenarbeit mit seinem Lieblingsregisseur Martin Scorsese für den Film Killers of the Flower Moon großen Spaß. Dieser Auftritt brachte ihm eine neunte Oscar-Nominierung ein. Er reiht sich damit in die Riege von Schauspielern ein, die es auf acht oder mehr Nominierungen brachten wie Meryl Streep, Catherine Hepburn oder Jack Nicholson. De Niros Kollege Al Pacino, der im Juni letzten Jahres ähnliche Vaterfreuden mit Sohn Roman erleben durfte, hat schon länger nichts mehr von sich hören lassen. Ob Robert De Niro diesmal den Oscar bekommt, ist fraglich. Die Fans werfen ihm vor, dass wenig Schauspielkunst im Einsatz war, mehr Selbstdarstellung Robert De Niro. Mit im Rennen um die Trophäe bester Nebendarsteller ist ein anderer Robert. Nämlich der nicht zu unterschätzende Robert Downey Jr. für Oppenheimer.